So, ich habe keine Leuchtpunkte. Das ist nicht so gut. Alter. Das ist bloß. Hi, Ritzke. Böse, böse, böse. Ein bisschen zu hoch, aber nicht gleich. Alter, die hell-dunke Grenzer. Fick dich ja noch, Alter. Nice, Alter. Ist nicht heftig. Tick tiefer, ein bisschen sauer. Auf jeden Fall. Aber das ist nicht schön. Guck mal schnell tiefer stellen. Nicht viel sein, nur ein bisschen. Geiler lichter, lichter. So gleichmäßig. Das ist böse. Die Farbe gibt dann nicht wieder so, wie es sein soll. Und mich genau richtig verpassen. Okay. Nice, 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 nice. That's what I like. Bitches. Ja, genau. Und du fällst jetzt ab, du dreckige, hässliche, scheiß Mistdrücke von Handy halt rum, Alter. Und du fällst jetzt ab, du fattest ab, du fällst ab. ein bisschen kum und schief aber ist mir egal nicht Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So schade, dass meine Handy-Kamera nicht so wirklich tun ist. So, das ist ja die Haltung. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ah, die Beifahrerseite überschneidet sich mit der Fahrerseite. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020